Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten Klemmbausteinbauts. Es gibt leider traurige Nachrichten im Klemmbausteinbereich, denn der Taschengelddieb schließt seine Tore, zumindest eben in diesem Klemmbausteinbereich und das finde ich schon sehr sehr schade. Es geht zumindest beim Taschengelddieb mit Tabletop spielen und den anderen Sparten weiter, die dort schon bekannt waren, aber eben die Klemmbausteine werden aus dem Sortiment gestrichen. Ich habe sehr sehr gerne dort bestellt, war immer zufrieden, aber kann leider mit den anderen Sparten nichts anfangen. Es gab aber dann noch einmal einen letzten Sale eben, damit sie die Klemmbausteine loswerden. Da ist auch ein Video unten verlinkt, das direkt vom Taschengelddieb selber stammt, damit ihr euch dort selber noch einmal informieren könnt. Aber ich habe natürlich bei diesem Angebot noch ein letztes Mal zugeschlagen, wie so oft beim Taschengelddieb und ich habe hoffentlich ein paar Sets dabei, die ihr noch nicht bei jedem YouTuber gesehen habt. Und wie immer gibt es hier auch wieder eine Abstimmung, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ich kann euch schon mal versprechen, nächste Woche Dienstag gibt es noch eine weitere Haul. Es gibt einfach momentan sehr sehr viele interessante Aktionen oder auch aktuelle Anlässe, wo sich so eine Haul anbietet, wie in diesem Fall. Und ich würde sagen, wir huldigen heute einfach noch ein letztes Mal dem Taschengelddieb und seiner Klemmbausteinsparte. Bevor ich damit anfange, möchte ich aber nochmal sagen, ich wünsche dem Taschengelddieb ganz ganz viel Glück jetzt mit seinen anderen Sparten und wünsche dem Taschengelddieb einfach alles alles Gute für die Zukunft. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dieser Haul an. Ich sage schon mal so viel voraus, es wird sehr kurbilastig, aber ich glaube, da hat niemand etwas dagegen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit einem Set an, was ich schon öfter kaufen wollte, auch schon ein Stückchen älter ist von Kobi, aber mir immer sehr gefallen hat. Aber irgendwie sind dann immer andere Sachen wichtiger geworden, deshalb habe ich es eben nicht gekauft. Wir haben nämlich hier den Kobi Maserati Gran Turismo GT3 Racing. Wir haben 300 Steine, zwei Kobi Figuren dabei. Und das Ganze kommt mit der offiziellen Maserati Lizenz daher und erinnert mich stark an ältere dänische Boxen-Crew-Sets. Auf jeden Fall ein Set, auf das ich mich sehr freue. Weiter geht es mit etwas düsterem, denn wir haben von Kobi aus der Armed Forces Reihe den Alpha Jet 364 Steine. Da haben wir dabei im Maßstab 1 zu 48 die Set Nummer 5842. Auch auf dieses Set bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt kommen wir zu einem nicht Kobi-Set, aber ein sehr kleines Set. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu extra ein Video machen soll. Das müsst ihr mir dann bitte sagen, wenn ihr da Lust drauf habt. Auf jeden Fall haben wir dort den kleinen, absolut nicht-Dodge-Charger von Wange, die 2884 aus der Supercar Super Champions Reihe. 119 Teile, einfach ein kleines süßes Fahrzeug. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr dazu eine Review sehen wollt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, diese Wange Supercars, wir haben uns ja schon einige angeschaut, sind jetzt schon etwas ausgelutscht und müssen nicht unbedingt hier nochmal gezeigt werden. Wenn ihr das anders seht, auch damit gern in die Kommentare. Als nächstes geht es jetzt wieder mit einem polnischen Set weiter. Und auch wieder mit einem etwas ernsteren Thema, aber nicht einem Set im herkömmlichen Sinne. Denn ich habe von Kobi das Battle of Midway ein Brettspiel gekauft. 60 Steine sind wohl dabei, 12 Flugzeuge. Das schauen wir uns auf jeden Fall zusammen an, ob man damit viel Spaß haben kann oder nicht. Das Ganze wird auf jeden Fall zu zweit gespielt. Und auch auf dieses Spiel hier bin ich sehr gespannt, auch wenn es wie gesagt nicht unbedingt zu 100% das Kanalthema ist. Aber ein paar Steinchen sind ja auf jeden Fall dabei. Als nächstes geht es wieder weiter mit einem echten Klemmerstein-Set. Aber auch wieder polnischer Natur. Dieses Set hat auch schon ein ordentliches Alter, aber gehört zu einer Sache, die ich bei Kobi bei aktuellen Sets sehr vermisse. Und zwar eben zivilen Sets in den verschiedensten Varianten. Wir haben hier die Kobi 20054 aus 2016, tatsächlich 200 Steine und zwei Minifiguren. Den großen roten Monster Truck. Das Ganze hat eine Pullback-Funktion und wir haben Glow-in-the-Dark-Steine dabei. Ein Set, mit dem man sicherlich viel Spaß haben kann. Und eines, das ich auf jeden Fall nehmen musste, als sich jetzt die Gelegenheit dazu geboten hat. Und mit einem solchen Set von Kobi geht es auch weiter. Wieder mal mehr oder weniger zivil, aber auf jeden Fall kein Militärthema, sondern ein Piratenthema. Die Kobi Pirate Bay. 250 Steine, drei Minifiguren und einen kleinen Affe haben wir dabei. Das Set ist aus dem Jahre 2017 und ich würde sagen, auch hier lohnt sich auf jeden Fall ein genauerer Blick. Die Setnummer ist die 6014 und das Ganze sieht als kleines Spielset auf jeden Fall auch sehr spannend aus. Und da es mir ältere Kobi Sets jetzt angetan haben in dieser Bestellung, kommt natürlich sogleich noch eines vorbei. Denn wir haben von Kobi den London Bus. Das Set hat 435 Steine, eine Minifigur, ist im Maßstab 1 zu 35 und die Verpackung könnte kaum britischer sein. Auch dieses Set kommt aus dem Jahre 2017 und trägt die Setnummer 1885. Wahrscheinlich nicht das glorreichste Set, was wir jemals von Kobi gebaut haben werden, aber auch eines, wo sich meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Blick lohnt. Und die Auswahl wird auch hauptsächlich aus diesen Classic Sets bestehen, denn zur Auswahl wird stehen der London Bus, die Piratenbucht, der Monster Truck und der Maserati ganz vom Anfang. Schaut doch auf jeden Fall in den Community Bereich und bestimmt, was wollt ihr gern am Samstag sehen. Die Abstimmung wird wie immer bis Freitag 18 Uhr gehen, damit ich auch noch etwas Zeit habe, das Ganze dann zu bauen und für euch zu präsentieren. Und dann könnt ihr euch nächste Woche Dienstag auf eine weitere Haul freuen und danach wird es dann erstmal mit vielen, vielen Reviews weitergehen, denn dann muss ich glaube ich erstmal nichts mehr kaufen, nachdem hier doch öfter in letzter Zeit der Postbote geklingelt hat. Ich möchte mich hier nochmal wiederholen. Ich wünsche dem Taschengelddieb alles, alles Gute mit seiner neuen Entscheidung und hoffe, dass er damit glücklich wird. Wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, lasst mir immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Wedibrick.